Alter, ich feier den Sound zu sehr, Alter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt brauche ich den Quality-Content. Ich glaube, es würde sogar mehr Spaß machen, als 27-Unge-Marathon. Da war ich, da war ich. Ja, da bin ich. Jawohl, ich bin ne Video. Da kann's nur gut werden. Ich hab wirklich an Weihnachten 24 Stunden am Stück Ungarn geschaut. Ich bin ein Psychopath. Hast du gut die Silben gelernt. Kurz bevor es losgeht, der Grund, warum das Video, was eineinhalb Monate später rauskommt, ist, dass... Das ist für anderthalb Monate, genau ein Monat. Also tut mir leid, aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Ihr wisst ja, draußen auch so ein kleines Virus, wegen dem wir einen Lockdown haben, der hat sich gesorgt, dass Lagen einer Monat über zwei Monate mittlerweile geschlossen ist. Und da war mir schon klar, dieses Mal Weihnachten wird ein bisschen anders. Normalerweise feiern wir Weihnachten, sonst wäre es nur Geschenke bekommen und das war's. Und da ich dieses Jahr keine Weihnachten habe, da dachte ich mir, hey, ich mach einfach einen weiteren 24 Stunden YouTuber-Marathon und mach das Weihnachten von anderen Leuten. Vor drei Monaten hab ich meinen ersten 24 Stunden Marathon gemacht, das war ein 24 Stunden CEO-Marathon. Und in einer Reaction meinte, CEO, es wäre viel unterhaltsam, eigentlich einen 24 Stunden Unge-Marathon zu machen. Und da dachte ich mir, okay, boys, here we go. Ey, ohne Scheiß, Leute, noch mal alles trinken. Der ist das schon wild geschnitten. Wenn ich 24 Stunden sage, trinken wir ein halbes Glas Wasser. Also schlussendlich einen zweiten Versuch zu machen, es hat in 24 Stunden ungemacht. Die Vorbereitung. Ich hab mit After Effects zwei Count, also halt einen Count vor dem Stream und halt einen Count über den ganzen Stream läuft. Außerdem hab ich meinen 24 Stunden CEO-Marathon-Video analysiert und mir überlegt, was kann ich in dem Stream jetzt verbessern, was ich im ersten Stream nicht gemerkt hab, aber auch nicht wusste. Und ich wurde fündig. Ich hab die vier Grundlagen gefunden für einen erfolgreichen 24 Stunden Marathon. Erstens, Gesellschaft. Zweitens, Abwechslung beim Content. Drittens, Bewegung. Und viertens, ein komplett zerstörter Schlaf. Jawohl, ich hab grad dann gedacht. Danke, danke, Jan, danke. Ja, danke. Ja, der weirde Vorbereiter. Im Laufe des Streams sind viele Clips in Schaden und deshalb gibt's am Ende des Videos noch einen Supercut von den witzigsten Clips aus dem ganzen Stream. Ab hier können wir eigentlich schon bis zum Ende springen. Denn auch, dass ich jeder zweite Stunde mit einer Luftschlange gefeiert habe, wo ich totgelacht habe, ist im Stream eigentlich gar nicht großzügig passiert, was ich erzählen konnte. Es war einfach nur ein langer, spaßiger Spiel. Gegen Ende wurde es nochmal richtig schwer. Die Zeit verging immer langsamer, meine Gedanken schweiften immer mehr und mehr ab. Oh mein Gott, ich weiß, was am Ende kommt, glaube ich. Obwohl ich diesmal die ganze Zeit wach war, nie wirklich müde war, war ich am Ende einfach nur lost. Ist nicht Brandenburg ne Stadt? Die letzte Stunde ging so schnell vorbei und als ich realisierte, dass ich noch fünf Minuten habe, wollte ich noch unbedingt noch ein paar weitere Videos anschauen, als der Counter die letzte Minute erreichte und damit das Ende dieses Streams bedeutete. Ich habe nochmals das Ende richtig genossen. Wir haben am Ende noch den Türsteher-Song gesungen und ich habe sogar eine Wunderkerze angemacht. Und ich möchte mich hier nochmal kurz bedanken an alle, die im Stream dabei waren, die Support haben, dass wir trotz Heiligabend nie unter sieben Zuschauer waren. Um drei Uhr morgens, um achtzehne, wo alle ihre Geschenke auspacken und ihre Familie feiern, wir waren nie unter sieben Zuschauer. Das ist krass und das ist echt keine Selbstständigkeit und das bedeutet mir echt viel. Und noch mal ein großes Dankeschön geht an die Leute raus, die mit mir im Discord gechillt haben und mich auch damit supportet haben. Bambus-Leutung, ja. Und dank an alle Bambus-Leutung, ja. Die alles Witzige geklippt haben und die Mods weniger witzige Sexe weggeteimordet haben. Big Mac Bandien direkt für zwei Wochen. Er hat einfach mal einen Joke geklaut. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Clips aus dem ganzen Stream. Aber bleibt aber noch dran, denn in dieser Aufnahme hier gerade sind so viele Outtakes. Also bleibt dran, am Ende kommen alle Outtakes, die sind echt funny. Oh, ich dachte, hab ich meinen Hund gefickt? Oh, ich hab einen Hund gefickt. Oh, ich hab einen Hund gefickt. Warte los. Hat sie gerade gesagt, ich hab deinen Hund gefickt? Ich hab deinen Hund gefickt. Boah, hab ich meinen Hund gefickt? Hab ich schon. Ticke, also... Bobby, hab ich... Lache wie ein Zweijähriger. Was für Bobby? Nee. Boah, hab ich meinen Hund gefickt? Ich hab's vergessen. Es ist nicht so schwer. Es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, du hättest ne Glatze und ne große Nase. Von Spongebob getest. Oh mein Gott. Das war ein alter Audi. Das ist ein Staubsauger, den man nicht ankriegt, Alter. So ein Staubsauger, den man eigentlich nicht ankriegt, Alter. Das könnte einfach ich sein. Oh, da kam Schocker mit hoch. Da kam Schocki. Da kam Schocki. Was für Streamlack? Nein. Das klingt wie ne Robbe. Nein. Nein. Ich weiß schon, was passieren wird. Nein. Die Küche. Die Küche ist extra weiß. Die ganze Wand ist extra weiß und leer. Weil es wird jetzt alles voll explodiert. Es wird alles voll spritzen. Okay. What comment? Was? Ach, was? What cement mixer you are? Welcher cement mixer bist du? Oh mein Gott. Ich hab keine VB angegeben. Ich hab aber nicht mehr. Ich bin ganz ehrlich. Ich hab gerade ein Bußgeldverfahren am Arsch wegen Auto und echt kein Geld für ein TV. Er hat kein Geld für ein TV. Ich hab gerade Instagram geöffnet. Da war gerade so ein fucking Silvester-Scheiß-Video dieses. Wo dann immer so pfeift und dann so drauflieblich zu erschrocken. What the fuck. Leute, was ist 8 plus 4? 12. Ich bin gerade echt zu dumm zum Rechnen. Ja. Ich hab gar nicht wirklich 12 gesagt. Bitte klippt das irgendeiner. Bitte klippt das irgendeiner. Zum Glück ist das ein Schaumgeboden. Und natürlich ist das hier aus einer... 8 plus 12. Ich hab... Das ist ein professioneller Stuntman. Und das ist alles natürlich nur... Wart mal. Was hab ich gesagt? Ich weiß. 12 ist richtig. Ach, Digga. Ich dachte, 8 plus 12. Ach, Digga. Ich kann nicht mehr denken. Natürlich. Jeder kriegt einfach einen Arschbohrer. Man kennt. Aber du machst auch noch mehr Sachen. Aber nix was Arschbohrermäßiges. Schlimmer. Monterpidu. Oh mein Gott. Geht das lang. Aber die Wahrheit. Wie ist das mit den Händen so? Ja, aber du. Monterpidu. Oh mein Gott, nicht so. Ey, da hinten sind so Blumen und so'n heftiger Scheiß. Es bringt halt der Oma ein paar von denen. Das Rützer kommt immer nass. Korrekt. Danke. Wo soll hier der Blumen sein jetzt? Ich will ein kurzer Dosen. Ich geh erstmal Taschengeld bei Oma holen. Junge, alles geil. Willst du hören? Ja. Die hatten schon seit Jahren nicht mehr gehört. Jesus. Ja, liebend. Jesus. Oh, ja. Jesus. Oh, ja. Jesus. Ja, die Schärfe. Ja, die Schärfe. Ja, die Schärfe. Sonst besser, weiß ich nicht, Kopf rechnen oder ah, nee, den schwierigen Anruf, den mache ich besser später. Da bin ich wacher, da bin ich, da kann ich besser sagen. Und zu anderen Zeiten kann ich vielleicht besser schreiben oder irgendwas. Ja, dann kann man diese erfahren. Ich habe gerade gegehend und plötzlich konnte ich besser hören. Das ist normal. Es ist drei Uhr morgens, vier Uhr morgens, um Heiligabend zu schieren. Wir hatten die ganze Zeit über zehn Zuschauer. Die ganze Zeit über zehn Zuschauer. Ich liebe euch dafür, alle. Ich bin ganz zu wild zu bescheren. Ja, Junge, auch. Das ist cool, Junge. Bin das ich? Ich glaube, ich bin das. Das ist die Acker-Community. Wir gehen drüber. Erstmal. Into the memes. Let's... Bum, bum, bum. Das bin ich, glaube ich, gewesen. Oder war das ich? Also, unter mir ist so eine Platte für halt einen Stuhl, damit es halt sehr krass. Ich würde sehr krass, die Dinge. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Apropos Luftschlangen. Ich habe eine Idee. Warte kurz. Das habe ich mir bei Edeka gekauft, Digga. Einfach so ein Luftschlangen-Shooter, Alter. Warte, hier. Das ist ein Luftschlangen-Shooter. Äh? Keine Ahnung. Irgendwann, wenn ich mal wieder was krasses mache, dann baller ich den weg. Geht's dir besser? Hey, warum soll's mir nicht besser gut gehen, meine ich? Das heißt, erstens, dass wir neue Scheiße machen können. So komplett. Geht's auf, ja. Das ist einfach Marias Bruder. Das heißt, dann stream ich schon seit 21 fucking Stunden. Ist das meine Stimme? Über sieben aktiven Zuschauer die ganze Zeit zu haben. Das ist doch nicht meine Stimme. Darauf, also mal kurz, ähm, mal sagen. Weißt du, Mami, bin ich im Fernsehen? Ja, das bin ich, das bin ich. Geiles Video. Digga, also. Hab was vergessen, in den Skript zu schreiben und hab was vergessen, in den Skript zu schreiben. Und zwar, dass ich nur Mitglied bei Unge bin und dass Leute aus meiner Community Unge gespendet haben und versucht haben, dass Unge mein Stream sieht. Danke, Leute. So wie ich. Ja. So wie du. Ganz klar. Ganz, ganz, ganz klar. Ja, ich bin ein bisschen einsam. Das hat einfach nichts gebracht. Gutes Video. Aber wo ist der Türsteher? Ich will den Türsteher noch haben. Äh, ich bin ein bisschen einsam. Ich bin ein bisschen einsam. Ey, oh, rip, 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 rip. Digga, Discord, halt's Maul, nee. Moin, Leute, Trimax hier. Heute reagieren wir zusammen drauf, ähm, zu der Sendung. Wer weiß denn sowas? Das ist Elton und ich gegen, äh, Rewi und Huecker in der Show von Kai Pflaume. Joach. Musik,ado Musik, es ist er. ouched.